Möchten auch Sie mit wunderschönen Beinen wie diesen hier glänzen? Straffe Haut und ein wenig Bräune beeindrucken nicht nur die Männerwelt. Auf www.expertenwissen.eu erfährt jede Frau, wie sie das Beste aus ihren Beinen macht. Unser E-Book zeigt Ihnen, was Krampfadern genau sind und wie Sie diese am besten entfernen. Außerdem lernen Sie, wie man der lästigen Beinbehaarung am einfachsten und effektivsten entgegentritt. Weitere Themen sind zum Beispiel die Zellulite. Ein Wort, bei dem viele Frauen das Blanke Entsetzen packt. Doch es gibt Mittel und Wege, dagegen vorzugehen und die Haut glatt zu halten. Mit schönen Beinen kann man nicht nur die Männer besser verführen, man fühlt sich auch einfach besser. Sie kennen das Gefühl, dass Sie im Sommer keinen Rock tragen möchten und ein Besuch im Freibad steht wegen Ihrer Beine auch nie auf dem Plan? Bitte lassen Sie sich nicht weiter in Ihrem Leben einschränken, sondern kaufen Sie dieses E-Book von www.expertenwissen.eu und gehen Sie mit schönen Beinen und glatter Haut in ein neues Leben.